Scholz gegen Lauterbach im Corona-Duell zweier Doktoren. Die Rede ist nämlich von ihm hier. Er ist der Bruder von Bundeskanzler Olaf Scholz, Prof. Dr. Jens Scholz, Chef des Uniklinikum Schleswig-Holsteins. Und da, wo sein Bruder immer gerne schweigt und emotionslos wirkt, haut er jetzt ordentlich drauf, und zwar auf die Corona-Politik von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Österreich schafft die Corona-Quarantäne ab, Frankreich hebt alle Regeln auf, ja, und das macht Deutschland. Bei uns hält Gesundheitsminister Lauterbach an Quarantäne und Tests fest. Ja, das hält Prof. Dr. Jens Scholz für falsch. Und BILD hat exklusiv mit ihm gesprochen. Da muss man ehrlich sagen, diese Abschottungspolitik ist in die Hose gegangen, so sein Zitat. Prof. Jens Scholz, Bruder des Bundeskanzlers, der hat eben eine ganz klare Haltung.